komm pflegi ich an einer 20 cm hohen mauer fest ja gut du hast auch noch eine antenne auf dem rücken du kannst mein gewicht ansprechen wir haben da oben schon ein fahrzeugpfeiler oben zum fall seine besatzung 3 hat es nicht so eilig ich suche mir jetzt irgendeinen kleinen fluss einfach irgendein scheiß und bau nimm mörser verbaut und viel mörsern ja der ist von 3 trifft kriegt 100 punkte ja genau top die wette gilt ich mach die meisten team gilt wir auch mit dem skar das meint wie treffsicher wir auf einmal sind ist auch nicht schwierig zu treffen wenn ihr da fertig seid mit dem striker könnt ihr vielleicht irgendwo hierhin oder so haben wir alles vorsichtig ihr macht das schon ja du bist nicht unser coach wir kommen jetzt mal squad 3 beim tapfen zu und dann machen wir das ganze besser ich hoffe es schreibt euch nicht in den kopf jungs da ist es schon drinnen die haben schon Kontakt, squad 3 hat schon Kontakt die sind doch reingefahren, die sind tot die sind alle tot sie wissen es nur noch nicht ich schaff kein Bock mehr bleibt mehr für uns, ist doch super ich seh nicht, ich seh nicht es ist ja so, dass würde ich auch für Mila Squad stehen ach da ja ja, du ist schlechter irgendwie du bist schlechter als alle sammelt euch schon mal im pack die runde ist in halben Stunde rum, safe hoffen ja mörder vor wer ebenso dafür jetzt machen wir genau dieselben Fehler wie letzte runde wir dürfen nicht abholen ich bring den Lochi ja, jetzt setzt noch einen Attackpop Salvatore Salvatore sagen wir nicht nur mit zwei Leuten, das reicht doch cool, aber die haben schon das reicht doch auf Molio gefeinde squad, da ist schon down ja, ich weiß ähm Salvatore ja, mach ja bist du da noch im Gap? bitte bist du da noch im ok äh ja ok wir haben gecapt stopp, 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 stopp Salvatore hier runter, wir nehmen Salvatore noch mit warte, ich flute komm her komm her ja, ja wir fahren mal nach Noto ja, ich koordiniere das jetzt ein bisschen mehr, halt mal wenn du hin ist der Flut fahrbar? oder sie? der sie, ja ähm ähm Flecki, auf euren Lodgy müsst ihr gleich ein feindlicher anderer Lodgy, ähm ja entgegenkommen, wir haben sich verloren ok nicht gut kalt am besten mal den Bereich gleich hören aus hier aus hier und schießt den Typen raus, wenns geht vor uns, direkt vor uns west 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 der ist südwest von uns Strucker ok ok ich denke der Regel ist so eine Fidelity drauf schießen Motor ja, schießt den Kurt Striker, wir brauchen euch hier ja jetzt, jetzt haben wir einen nein nicht mehr ok erstmal ins Dorf ja, wir gehen ins Dorf, zieh den Lodgy nach wir attacken bitte, ob da alle tot sind am Lodgy Na, Nashorn, geh mal bitte gucken, ob die alle tot sind das sind alle ja, nicht dass da jetzt einer rumkriecht und die alle wieder aufhebt das wäre nicht cool ich sehe 5 Fahrzeug ist sehr brennt hab ich getroffen geben auf ok, gut gute Ansage Jungs schmeißen uns hier schnell eine PIN und dann gehen wir auf den Angriff und hey Squad 3 schießt zwar besser als Squad 3 aber die sind genauso hohl die hängen immer noch auf den Trifter rum ich fühl mich grad wie im Dornring schlägt alles ab, ja? ja fuck it du kannst den Lodgy einfach stehen lassen ja, setz dich dann immer noch weiter und dann machen wir auf den Weg wir gehen da hin, wo unser Striker steht hier rüber ich steck auch eine Ammo Box auf die andere Seeseite das ist die Seeseite sieht ziemlich leer aus bisher das Dorf ja, wir kommen hoch tja, da ist alles voll da ist alles voll ab ab was haben wir denn, wir haben das MG hier ne, das MG ist da drüben ich hoffe es hat 3 verteidigt jetzt sieht es schon wieder aus, als ob die nachrücken ich schaue nochmal nach äh, ich höre ein 30er oder ein BTR nördlich, nordöstlich von East check hat die Ammo Box jemand aufgeschaufelt? nö, wichtig ist jetzt auch nicht ja, ich machs wirkt vor, ich machs vielleicht was machen die wissen jetzt wahrscheinlich dass wir im Bedarf auch die FOP gesetzt haben ja wenn die jetzt runter rennen um die FOP zu kicken kriegen wir vielleicht den Cap oder deren ich würd sagen, wir halten uns auf der Westseite ich seh den 30er der ist jetzt in Mogilio so drinnen der fährt nach Süden ich hab gar nicht Kontacke ok auf weit her wir hatten einen LKW nördlich von euch Stryker gute, wir fahren ach, da oben kann ich nicht seh doch, ich seh ja, hab rausgeschaut oh, da ist der ganze Squad Kaubi ja, Schleppplatz 30er schießt die im Nordosten ja, das 30er sucht Mischstraßen im Norden sind Feinde, die schießen die Straße runter ja ja wenn wir das brauchen drüber Zip, hast du noch Sichtakt zum 30er? negativ oder Audio Audio hab ich noch, ja der steht immer noch irgendwo in East drin, glaub ich jetzt bewegt er sich chill ich vermute den Nordosten unser anderer Stryker kommt von der anderen Seite nimmt den, glaub ich, in der Feuer feuert auf was Putsche, ich hab den grad gesehen der stand, glaub ich, da mittendrin ja, der ist der 30er ist nordöstlich der ist südwestlich von unserem Stryker der Ballerei offen ja auf dem Bergauleins 2 nördlich ab ihn, auf 30er gefärzt haben ihn oh, wir stehen übelst offen, Wachtel ok, fahr zurück wir gehen Depp wenn wirs an den Loddy ranschaffen könnten wir uns hier auf den Kopf setzen sogar passte auf, am Loddy hab ich nen Gegner gesehen da auf Dach hab ich grad einen gekriegt einer war unten beim Loddy Achtung, Granate über, Lodgy Oh, ne, hier ist zu voll Da hinten ist ein Matic 1, 2 in Lodgy 2 in Lodgy, 2 in Lodgy, 2 in Lodgy Wir haben Lodgy gespielt Nice Schaut, dass sich der 2 nicht wegknallt Fläcki, wir fahren gern unser feindliche Kopf bei uns Rechte Seite von dem Gebäude Fläcki, feindliche Kopf Bei euch da am besten? Ja, in irgendeinem Dorf, hier steht ein Repair Haben wir auch Wir können da nicht Repairn Wir müssen... Ja, hört euch ein bisschen zurück lieber Nicht, dass ihr da down geht im Nahbereich Schon tot Ich möchte den Striker 15 Sicken bis Ready Wave Oben auf dem Dach Oben auf dem Dach Zweites Gebäude So Feindliche Kopf Direkt neben uns Ihr könnt blocken, wenn ihr nah dran steht Wir stehen dran Wachtel, deck mich, ich schaufel Ein Striker down von uns Check Warte, ich bin draußen Lodgy, du smoken Punkt euch, ich bin nachher nicht setzen, Radio hier im Süden Oh nein, ich bin auf Wachtel, genau neben mir Ich fahre weg mit der Kiste Check, ich fahre weg Ja, ich fahre weg Ich fahre weg Flecki, guck mal bitte auf Ping Ich pinghe jetzt Genau hier ist die Hub Check an Ping, sorry Warte, FK Genau auf Augenmark, Lodgy Wacht dich, Spawn unten an der Hub Check Kannst du abladen? Kannst du abladen? Kurz auf Toilette Ich sehe zwei Feinde, die Straße hoch Ich kann euch hier in eine Revestation setzen? Das wäre super flecki Ja Wir wollen jetzt einen kleinen Hit haben wir gekriegt Nee, Striker down, Striker down Wir haben dann brauchen Feinde die Straße runter Dann Äh, was passiert? Ich habe eine Heavy T abbekommen Heavy T in den Arm Ich konnte noch zu ihm raus Ach mann, Alter, wieso schild hier unten? Nehmt euch Infanterie, jetzt spawnt an der Hub hier Wir brauchen jetzt jeden, den wir kriegen können hier Und die Box noch? Steht neben der Hub Ah, es ist Schade macht ihr, oder? Nein Es sind vier Fahrzeuge Ja, ich glaube, ihr habt euch durchaus ausgezahlt Wir müssen auf jeden Fall die Vorder oben wegkriegen Die spawnen da Und sie pushen immer wieder runter zu euch Die haben aber auch dieses Weißer Hier in der Stadt Achso, okay Ja, wo schon kommen wir? Das war als Infra Ich bin schon, ist ein Wattel Da haben wir... Wo bin der hin? Unten an der FAP Achso Check Ja, die andere stand noch nicht zu dem Zeitpunkt Hast du auf, munitioniert? Ja Westlich an der Basel liegt irgendwo rein Warte, halt euch, ist ein Meer Das ist zu abgeklopft Äh, Brutel Warte, kannst du mal ungefähr markieren, wo der Heavy war? Äh, ich glaube, ich hab ihn down Also der müsste doch sein Aber da, wo der Heavy war War noch ihn Ja, dann setz doch mal bitte mir einen Marker Äh, ich kann mich gar nicht genau dran erinnern, wo das war Aber ungefähr da Da oben so Unsterblich der Typ Boomeray, der ist direkt vor dir Da ist noch einer, Aten Der ist down Da ist noch einer, Aten Der ist down Der ist down No Der ist in dem ady Der ist eine macht langsam geht von haus zu haus vor langsam wir drücken jetzt einfach ganz gemütlich aus den hausern ich habe die durchspannung durch die geben im gelben haus direkt vor mir ist die fährt auf jeden fall vor mir ist bitte btr fährt von westen nach süd hier hinter dem haus wo du jetzt bist da ist wahrscheinlich danger close wir haben hier einige erwischt unsere seite ist clean bis auf unsere höhe ja kj bewegt weiter nach norden ich habe die fob im blick ob es hier schießt da unser sniper fahrzeug warte fahrzeug unser striker versaut uns hier die tour gerade auf der südseite von der pop von der haus von der haus vor mir war der hat ordentlich klassiert der patch dich warte 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 wo warte berg hater warte warte wir Ja, das müssen wir eigentlich fast haben Ha, sagt das ne? Ich schaufel Wacht ihr im Gebäude hinten, links um die Ecke Werf ne Granat ein Einer war da, ganz links Ich glaub der ist tot, glaub der ist tot, wacht ihr Wir schaufeln das Radio ab Ah, nice Pop ist down Pop ist down Geil Oh Kontakt im Norden, Kontakt im Norden Norden Soll ich einen Luggerun machen? Mit dem Luggerun präparieren Flecky wir kommen jetzt wieder zurück Gefährt der Luggerun noch? Ich probier mal Präparieren So Sorry, ich gerade dem Ich musste dem Franzosen erklären, was jetzt abgeht Ich repariere den Lodgy und mache den Lodgy weg Das wär super, ja der Rest bleibt einfach mal da Ich sammel die Franzen ein Und karte die nach Petrivka Und dann komm ich zu euch Okay Norden habe ich einen bekämpft, scheint sauber zu sein Jetzt Ich bleib mal bei, darauf nicht, dass die noch abgeschärfert wird So So Flecky, wie ist der Plan? So Wir sind gleich wieder betreutigen K.P. So Ah, bist du schon ein Loh-Ulnamist? Ja Flecky Was sollen wir jetzt machen? Erstmal da peinigen, einfach nur Okay Möglich, möglicher Feind Lodgy östlich von unserer FOP im Süden Bestätige FOP, äh, Lodgy östlich unserer FOP Bestätige Ähm, ja Pfff Kimia, du bist doch eh grad in der Nähe Lauf mal nach Süden und guck dir das an Und 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 Läuft auch in die Richtung Ja Boomeray und Dippel geht man auch mit runter Oder Zu höchst Uhr zu weit weg Oh, ich geh mal hin Da unten Das ist echt nervig, als Squad Leader sieht man keine Pings, hab ich das Gefühl Im Süden ganzer Squad, push drauf, ich hab sie, ganzer Squad 016 Norden, 1 016 ist auf Wir haben mich Wir kommen direkt auf die Strasse, laufen unsere HUB zu Ja Ja, wenn wir die Strasse am Süden verlieren ist Halb so wild Achso, die Strasse, scheiße nicht, dann alle bitte runter da Ganzer Squad, ab nach Süden Ganzer Squad Komm Sind schon alle hart Ach, scheiße Die Karten, die V-Barten Das Radio ist erst halb Ja, die sind am Radio dran, das schaffen wir immer Das schaffen wir nicht Das schaffen wir nicht Ja, dann teile ich den Cap Solange wie es irgendwie geht Die anderen Cappen schon mit Driftcar HUB ist weg Warte, wir spawnen und Rallye rein, dann können wir die hinten reinreißen Sniper im Süden 4 Sekunden Rallye 4 Sekunden Rallye 4 Sekunden Rallye Wo? Hier unten Hier unten Komm, wach dir unser Ding Nein, wir können die abbauen, wir sind ja dran Nein, ihr geht jetzt weg Dann können wir das machen Nein Gehen sie uns mal Wir flocken sie jetzt gleich Einen Ein Blick auf den Cap Ey, Savatour ist noch drin im Cap Savatour Genau Ist der Cap voll? Ja Äh, der Driftcar ist, ist schon neutral? Ja Dann sammle ich euch rein, wir rücken ab Ja, warte, vielleicht lass uns so kurz die Hub wegbauen Ja, die haben auf das Radio gesetzt, glaube ich Ja, ist aber nicht so richtig Ja, positiv Ach egal, kommt's ab Die verlieren noch Tickets, Glöcki Ja, wenn wir jetzt deren Flags cap'n, dann haben wir halt gewonnen Ja Sauber, Jungs Nix ist hier sauber, ich werde aus dem Lodgy geschossen Ja, du Wir kommen gleich hoch Ich glaub Uh, gut verfehlt Hat jemand eine Granate zum Rauchwerfen? Shit Oh, links von uns, links von uns Oh, nee Ich schwirb gemestet Wacht hier vor dir Wacht hier vor dir Ja, ja, ja Wirf eine Granate aufs Radio Genau an meiner Position Ich hab das Radius nicht Ich hab das Radius nicht Ich hab das Radius nicht Einer dort Das Radius ist aus Vorsicht Frag auf Radius Aufs Radio geht da Jalalalala Alter, ich verschwisch mich die ganze Zeit Radius ist hier Radius ist hier Radius ist hier Spawned an der Fort auf der Türke Ok das ist ja schießen was solche schießen und oben hier unten noch gegner rumhängen sollte hier rumhängen ist das safe durch das ding was der cap ja ja müsste ja zwei prozent noch wachtel das war das deine durch wir haben da oben ziemlich viel druck von einem fahrzeug oh ja ich bin da ist egal schießt nicht zurück gibt einfach auf ist man oben die steht in der main bereit mit dem loti nach laura petriffka ich bin da kann am radio nicht mehr schaufeln scheiß egal echt da sitzen ganze squad von denen jetzt auf mogeljo fest und die kommen nicht weg wir haben hier ein feindliches fahrzeug auf jeden fall ja habe ich noch ein der der vielleicht alles kommen könnte ein fahrzeug im norden ja egal ich kann nicht mehr arbeiten ja ja aber ich kann noch einen rausstirbt bestimmt früher oder später einen wenn ihr euch raus raus kommt äh im norden sind gegner der steht genauer nordwest nicht weit weg ein gelauer wird ganz schön überrannt glaube ich ja ja also brauchen ein fahrzeug wir müssen da irgendwie die fern sichern wir haben hier ein btr close ja ich sehe ihn ja ich sehe ihn ja ich sehe ihn ich mache ihn da du hast vergeschossen ja ich bin da hab ich ihn? ich habe ihn bekommen glaube ich nein hast du nicht mal geschossen shit ja musst du schnell aber das werk wir sind ausgestiegen wir sind ausgestiegen auf meiner leiche weide Die Crewman Besatzung Ich seh deine Leite leider Zip vor CPL Putsch Richtung West Ich pinge Ich muss E735 Genau vor CPL an dem Feld Ich hab wieder gepingt Ich seh keinen pingen Aber E737 Genau da Ist ok Ich muss Delta machen Putz, bauen wir bitte auf East Novo gleich Nach so einem Sammeln uns ein Man stirbt sofort Sobald man aus der HUB rausläuft Könnt ihr das nach Norden Und S1 marken Dass man da irgendwie rauskommt Und versuchen Da Fehler gemacht Ich denke Der noch nicht zu Recht Oh Ne ne ne, unsere Monster nehmen Ich bin fast hier Ich bin fast hier Die Franzosen stellen sich offen jeden Eingang oder jeden Bepro, mein Gott, aus dem Messkopfhörn. Ich weiß nicht, ob ich den auch noch... Danke. Ja, gerne. War die im offenen Feld? Oder hat er schon geschluckt? Nein, nein, die waren... Halt da, ich sage... Ich habe sie. In der Nähe davon. Weiterhin ist es wieder ein bisschen ruhiger. Ja, nicht... Ich werde... wenn ich in eine Fahrt wiederineren kann. Ja! Das war's für heute. Das kommt von Norden und ganz kurz rein bei euch. Und von Osten auch noch. Ah Westen, nicht Osten. Also Norden und Westen kommen sie. Ja, fertig. War irgendwie auch schon, oder? Direkt fest, direkt fest. Ah ok, sehr gut. Ah, ich bin sauer mit dem Kopfhaut. Wir haben einen Nordwest, ist ein 30er, im Westen verschüttet. Ja, der Stryker müsste den schon gesehen haben. Ja. Ich hab einen Rallye gefunden. Ich bin neutralisiert. 4.2 mit 5 Marken im Stryker zum Angreifen. Wenn ich mit dem Lodgy auf dem Weg bin, müssen wir klar umgehen. Sie haben noch im Norden einen Rallye. Ich ping auf Augenmarker. Bravo Augenmarker. Ich ping auf Augenmarker. Ähm, könnt ihr nicht so weit von der Fock wegrennen? Bumray, Zippel, Prachtel. Squad 2 ist tot. Flecky für uns. Ja, ich weiß. Aber wir schaffen das toppen, oder? Oder halt mal hier gleich an. Ich bin halt hier. Ich. Ich. Oh, da komm ich der Typ an. Ja. Kann irgendjemand am Rallye saunen? Ne, oder? Achtel? Ich, äh, ja, ich bin down. Ich könnte da jetzt 25. Uh, heavy AT. Rallye in. Wann brauchst du? 10 Sekunden. Okay, ich setz die Hup hier rein. Und dann schleichen wir uns möglichst unauffällig rüber. Wie ist denn die Situation an der Hup-Rade? Okay, wir halten die Fähne vom Noten ab. Wir kriegen schon Schuss. Wie hat denn der mich jetzt getroffen? Flacky, die sind auf dem Dach vor uns. Soll ich schießen? Gucken wir uns an. Bauer erstmal die Hup bitte. Oh, der ist mit auf dem Dach. Ja, dann schießen wir runter. Ne, ich glaube der 30 ist eben down gegangen gegen den Striker. Okay. Okay. Hier im Norden bei Pro von Lower steht noch eine verlassene Kette. Kannst du aus der Decken raus den MG-Punker aufbauen? Oh, die pushen uns, Flecki! Kann ich nicht, auch wenn die pushen uns! Ja, dann halt die erst aufbauen! Oh, Feinde im Westen hier, bei der Hub! Ja, scheiss, ich glaub fast wir müssen, wenn da erst verteilt ist! Die sind an der Hub! Ja, ok! Spawn an der Hub rein, in Betrifka wieder! To the Hub! Wir lassen uns zu zweit den Angriff machen! Auf Augenmarker, bravo Feinde! Äh, close, close! Wenn ihr wollt, könnt ihr wieder einen Striker nehmen! Ja, wollen wir one? Ja! Ja, ja, ja! Ich weiß nicht wie viele es waren, aber vielleicht war es auch nur einer! Ja, ein Toter liegt hier! Nein, habe ich erschossen auch! Das könnte noch mehr sein! Ach, nö! Ja, ich habe die Feind-Hub lokalisiert! Das habe ich schon markiert, oder? Ah, nö! Ist nicht mehr markiert! Nö! Ich bin... Die treffen fast! Ich sehe wieder keine Wege! Da! Fleck, wir machen das jetzt so, wie wir gerade besprochen haben, ne? Ja, genau! Ja, genau! Copy! Das zeige ich dir gleich! Äh... Is... Mugello, ne? Nördlich davon ist dieser Berg, wo man komplett runter kann auf West... Oh, sorry! Okay, das sieht aus hier! Ähm... Bravo Team, bleibt mal bitte in der Nähe der FOP! Charlie Team kommt mit mir vor! Wir machen ein bisschen Druck auf West-Patricka! Copy! ... Könnte jemand von Bravo in- Oder ich gehe von Bravo in den Norden... Nord-West hoch jetzt, ich hab einfach aufgegeben den Zügen wird wieder niemand ab, Squad 3 ist so lustig verteilt ja, das sind halt so ein bisschen Kopies, ehrlich gesagt ja aber wer da über den Süden vorstößt, ist schon ziemlich blöd na du, man weiß ihn Flickie bin da ach du, da ist noch einer close by Flickie Nordwest na, schau doch auf eure Freigabe ja, Nordwest oje ich krieg mal langsam ran ich glaub der Hügel, den ich weint hab butte, das war der hier boah ja, ohne Unterstützung komm ich hier nicht durch er liegt bei der Scheid oh 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 Wafen 50 Mich sieht der, klar Ja, ehrlich gesagt, durch diesen Kanal braucht man glaube ich nicht mehr mal gehen Jetzt wollen wir lieber an der FOP neu Gehen wir von hier nach Norden 325 Sekunden Ich hätte jetzt alle meine Infanteristen bei mir, wir gehen hier hoch Wenn Squad 2 ist, Squad 3 ist und ich schaffe hier zu verteidigen, dann verlieren wir es halt Wir können doch jetzt eh nur noch gewinnen, wenn wir das Ich habe BTR in die Flucht gefahren Lassen Lassen Äh, ist ok Warte Kannst du rumpen auf 035 Ja Kommst du? Ja Habe ich auch schon überlegt, aber der Lodgy fährt halt bis hier oben 20 Minuten gefühlt Und Gegner mörsern kann Ja Ja Weil wenn du über die West-Oststraße fährst, bist du relativ flott hier Ja Ja Das probieren wir als nächstes, wenn das hier nix wird Flecki hier im Norden müsste noch eine verlassene Kette hier stehen Was ist da oben? Hort nochmal ein Rally? Ok Hier müsste was stehen? Äh, auch wenn du mal einen Rally setzen kannst Hallo Hier steht noch eine Kette westlich von dir Ok Im Feld und da kommt auch ein BTR, aber hier im Nordosten, höre ich weiß Ja Ist auch da gehört Ups, ja Da oben ist ne Kette, dachte Ohja, das steht mitten drin Ich hab ihn mal markiert Goomrex, du nach dem gucken 100 Ost, sagt ihr? Ja, das steht da mitten in den Häusern Ja Ich versuche wahrscheinlich zu flankieren mit Infanterie Oh Ja Die Kette lassen wir stehen Da Möchte ich jetzt nicht die RT drauf verschwenden Bin ich im Doof, ich seh den nicht Ja egal, dann lass den mit Musst du da unten, ist vorne dran Oh, wie cool siehst Porno hier oben Ich hoffe, ihr habt jetzt schon 25 Kills Wir können uns nämlich echt behaupten 20 Tickets noch zum neutralen Ergebnis Wenn wir cappen, kriegen wir ja noch Punkte dazu Ja Oh, da rinnen so viele Leute rum und die sehen mich nicht Ja, wir haben noch einen Flotschi gesprengt Ja, wir haben noch einen Flotschi gesprengt Ja, wer hat außer Osten beschrieben? Wer, bier Barron? Osten? Ja, der BTR, da ist wahrscheinlich über den Aus gestiegen Ja, ich hatte zerwicht Versuchen sie also mal übern Morgen Ist durchgegeben Das heißt in Osten, auf Französisch West, oder? West gute frage ich glaube die wissen aber schon bescheid, die haben nämlich schon kontakt west heißt, auf französisch, osten ja, halb 15 war mir nicht sicher ob ich jetzt westen oder osten anfrage, aber er wird schon hinfliegen da ist einer im straßengraben oje, und bist inmitten der straße, warte mal, ich smoke, sie wissen ja sowieso, dass wir da sind äh, Flecke, hinter dir wenn du jetzt, da zwischendurch, einer ist im Haus drin ähm, Flecke, wir müssen gleich aufladen fahren, wir haben keine Munition mehr ja, wir fahren aufladen ich bin an der HUB, ich bräuchte noch mehr hier Boomray Salvatore push, push Kammer ich sitze in der HUB da komm dran, Jonas gerne, ich ja, fliege noch ein bisschen, geh zu Flecki ja, geh zum Radio, wenns geht ich abschaufel erst ein bisschen ein Feind westlich von euch ihr könnt in diesem komischen Land feld halten ah, fuck, der Striker ist da ja, beim DTR hier im Nordwesten ja, wir würden euch dann helfen, aber wir müssen bis zur Main ja, ich weiß ich hoffe das Radio, ja im Gebäude und vorne wir sind in der Hütte hinter uns kriegt ihr das Radio? ja, wir haben es direkt ja, wir haben es direkt es wird ein möglicher Kontakt südlich der grünen Insel bei den bei den Gebäuden bei dem grünen Haus war noch einer wir beginnen zu nein, ganz wenig, ja wir haben eben kurz angefangen aber die geben hier auf die werden noch ein Rallye haben irgendwo ja und der BTR ist im Nordwesten alter in der Regel ist ja der Rallye in der Nähe da werde ich mal denken es nur wissen ich habe hier einen ich habe hier einen Squad die erwischt bei mir ja, BTR ist noch Nordwestlich wir cappen wir cappen jetzt zum Klaus Bierbaron mündlich Süd bei mir ist keine Ahnung bei mir ist ja, Romeray wenn du gerade frei bist geh mal eher Richtung Nordwesten mal gucken ob dein Fahrzeug kommt ja, ja, ich sag du frei bist nicht ganz gar nicht Klaus Bierbaron Achtung, die kommen von Fläche in mir Süden die müssen irgendwo im Westen spawnen ja, der B, der knallt hier rein hast du ein Pau? Klaus Bierbaron wir gehen vom Rallye aus wir gehen vom Rallye aus dein Leuer Prüfbar sieht scheiß groß das kann doch nicht wahr sein das kann doch nicht wahr sein das kann doch nicht wahr sein nach vorne schwarfen am Rallye nach uns disabled ja vom Rallye oder bei Fortborn Lower? Lower geht nicht? genau, da hast du deine Antwort ja, gerade ging es noch wir geben gleich Unterstützung wir kommen gleich über Nord-Ost ja ja geht auch, dass im Nordwesten noch der BDA ist ja, der kann uns nix zum Glück angreifen all die Risclam steuern ne, wir gehen zurück wir verlieren sonst Trifka ich hab mich gesehen du Hund keiner war da down ja können wir uns nicht mehr als Team aussuchen mit denen wir spielen die Fock ist weg das glaubt einer alleine nicht wir müssen nach Osten die Wände nach Osten gekommen sein ach nicht, dass wir den Scheiß verliehen was ist das gewesen? dann sag ich dir ja, ja, ja weg hier ja, weiter südlich ja, weiter südlich ich saß halt auch alles genau auf den Häusern wo die Fock drin war west 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 da ist keiner auf den 10m ausgelaufen äh, sing 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 da will nicht viel schaffen vielleicht die cappen hier noch der Trifka ist die haben ja bestimmt die haben ja bestimmt nur die A1 da hinten bekommen die haben hier ein Rallye hier irgendwo im Osten da wo der Typ gerade her kam Lopet Trifka ist noch voll ok, der A kommt vorbei ich camp hier und guck ob noch wer kommen der Cap für Lopet Trifka ist noch voll ok, effekt dann rückt ab nach West Petrifka jup wir cappen auf jeden Fall noch ja äh, da kommt ein Feind Truck Feind Truck äh, südlich von West Petrifka südlich von West Petrifka Südlich von West Petrifka Feind Truck ah, ich hab sich auf dem feindlichen Rallye oh, ich seh hier riesen Haufen Leute hier kommt ganze Squad angelatscht Feind Truck Feind Truck Feind Truck sehr schön Schiess ihn noch bisschen in den Rücken Vorsicht bitte, ja kreuzen über West einer hat die Straße überquert, West einer da gefüllten die schießen die schießen mit äh äh, ja ich schieß auf die Route Spotlight, Feind Panzer gleich blockiert nicht möglich Nord und West Kort Türke Eingangsstraße schon drinnen ja, wir sind gleich languages Ok, markiert ungefähr Ja, passt ungefähr Dann mach dir den Snack weg und dann war's was Lassen Sie es gleich gecappt Ich hab im Noten noch Feinde Ja, ich block hier die Straße Ich muss hier nicht folgen Ich bin zuerst von euch Ich bin zu ihr, wo die Feinde sind Auf Augenmaß Roten aus dem Fenster Roten aus dem Fenster Ja, ist sicher Ok, bis bald Nice Sauber So, haben wir das erste Runde nicht so gemacht Der ist noch da drin Ich glaub jetzt hab ich ihn Fuck Der Feindpanzer hat sich perfekt auf deinen Marker gesehen Das ist wieder so ein Brot, nur Brot Das ist wieder so ein Brot, nur Brot Nächste der Rebelle ist in 5 Nein Nein Ja, wir haben mal gewett, Wachtel Sauber, GG Hätten wir mal gewettet, Wachtel Nein! Die Vielen Dank.